Das Unternehmen Harting wurde von meinen Großeltern 1945 gegründet. Weltmarktführer sind wir im Bereich der Rechteck-Steckverbindung, nämlich im Bereich unseres Hahn. Hahn steht für Harting-Norm. Industrie 4.0 hat sich daraus weiterentwickelt. Früher haben wir nur die Komponente des Steckers verkauft. Heute verkaufen wir neben dem Stecker auch die Lösung. Für den Bereich Industrie 4.0 haben wir jetzt erfunden einen kleinen Minicomputer, den nennen wir auch nur kurz Mika. Mit diesem Minicomputer ist es eben möglich, alte Maschinen in den Produktionen Industrie 4.0 tauglich zu machen. Das heißt, der Minicomputer schafft es, die Daten der alten Maschinen auszulesen, zu transferieren und sie in die Software-Systeme unserer Kunden zu überführen. Hi4U steht für Harting Integrated Industry 4.0. Das ist unsere Smart Factory-Anlage, die aus dem Spitzenplaster OBL entstanden ist. Wir haben namhafte Kunden aus den Bereichen Maschinenbau, Automatisierung, Windenergie und Verkehrstechnik. Wir sind derzeit in über 40 Ländern weltweit vertreten und haben weltweit 4.200 Mitarbeitende. Es gibt unheimlich viele Bereiche in unserem Unternehmen, wo wir immer wieder Bestleistungen auch haben. Es ist zum Beispiel unser neues Ausbildungszentrum. Dort lernen gewerbliche und kaufmännische Auszubildende unter einem Dach. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen das Spitzencluster. Wir haben hier leistungsstarke Hochschulen, mit denen wir kooperieren. Und Ostwestfalen ist der Bereich, wo das Herz von Industrie 4.0 in ganz Deutschland schlägt. Und das ist einer der Gründe, warum man, glaube ich, auch hier sein sollte. ZAPZ counting. ISBN, BNVN-N Untertitelung des ZDF, 2020